3 das war es nicht noch mehr die Fikern zumindest 13 noch weitere geben es nur nacheinander aber hallo ich meinte du tust mir weh das war mein Ernst scheiße wo ist denn der ich weiß nicht wo ich es rufen soll ich glaube bis man die ganze Zeit mit der anvisierende mit der anvisierende Taste hier rum das schwarzen so war ich da das schaffe ohne unterzufallen nachmitteln noch mal zu einem Lappen also diesmal für Gott das ist jetzt hier aber die Lapp Party hat zwei Level Ups für also insgesamt drei Level Ups für alle ja die beiden Digger und dann Die Kraft der Sterne erhalten, Gravitas hat sich zu Gravitra weiterentwickelt. Okay. Nicht traurig sein, Jack. Uns wird für Halloween schon was Neues einfallen. Und diesmal machen wir es gemeinsam. Wie süß. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das herzlose Halloweenfest wohl streichen. Hier, das schenke ich dir. Kukurbita erhalten, das ist ein Schwert. Besuche uns jederzeit wieder, Sora. Das nächste Halloweenfest wird das gruseligste aller Zeiten. Gefühle, Erinnerungen, wir haben alle nötigen Zutaten. Was braucht man denn noch, um ein Herz zu machen? Was ist ein Herz überhaupt? Ich weiß es einfach nicht. Ein Organ, mein Freund. Ein Organ. So, wir gucken erstmal bei Ausrüstung. Und zwar haben wir hier irgendwo einen neuen Ring erhalten erstmal. So, alle Feuer, Eis, Blitzschäden, Maximum und AP steigen. Danke sehr. Das ist perfekt für Sora oder Gofie. Moment. Sora. Moment, was war das gerade? Was habe ich da gerade? Nach einer Schirrerei war das mal. Ja, ist in Ordnung. Okay. Okay. So, Wunderlampe. Bingo. Ein besseres Schwert. So, Ability. Ja, denk. Bitte, danke. Was haben wir denn hier? Charmeur. Ziehen HP. Ja. Bingo, danke. Ausrüsten. Ja. Der hat auch Charmeur. Ach, wie geil. Frohnatur. Scheiße. Eigentlich braucht Gofie das noch viel eher, ne? Na gut. Apropos, wenden wir eben. Okay, wir haben Triebwerke bekommen. Und Bordkanonen. Sehr schön, also müssen wir gleich wieder nochmal in die Werft. Also. Wir sind hier fertig. Durch. Schlüsselloch ist zu. Waffe bekommen. Boss besiegt. Wir können nach Hause. Also. Also, erst mal speichern, ganz wichtig. So, vor dem Platztor. Speichern. Ja, bitte überschrieben. Würde ich auch gerne haben. Hallo. Schneller. Danke. Und jetzt will ich. Ja, war schon richtig. Zum Gummijet. Gummijet einsteigen. Ja. Und zwar würde ich gerne. erstmal ins Gummiwerftmenü, also ins Gummi-Menü. In die Gummiwerft, so. Die Gummiwerft im Gummiwerftmenü. So. Äh. Und zwar. Ja. Highwind. Highwind. Oh Gott, die Perspektive ist wieder so richtig beschissen. Hä? So was liebe ich, ja. Wie habe ich denn jetzt die Perspektiven-Charakter geändert? Ach so. Oh Gott, jetzt kann ich bitte... Scheiße, wie hasste das? Ich hasste das so dermaßen. Oh Gott, jetzt kann ich jetzt die Perspektive machen. Toll, kann ich gar nicht montieren. Dann leck mich doch. Mann! Ich hatte keinen Scheiß hier. Was soll der Scheiß? Was soll ich mit dieser Scheißsteuerung klarkommen? Was soll ich mit dieser Scheißsteuerung klark? Wow. Leute, ich krieg'n Pfön. Ich krieg' mich grad' ein bisschen auf. Wie kann ich denn, kann ich mit Ranzoom irgendwie? Nee. Nein! Neeeeee! Sorry, Leute! Oh Mann! Lass' den Scheiß doch mal! Nein! Das wollte ich gar... Leck mich! Wie soll ich denn so sehen? Nein! Okay. So, das ist so. Jetzt können wir durch... Was?! Das ist so. Das ist so. Bis zum nächsten Mal.